Das Empire State Building in New York. Das 102-Stockwerke-Hoe-Art-Decot-Gebäude leuchtet in rot-weiß, den Farben der Ambulanz. Mit dieser Geste dankt die Stadt ihrem Personal im Gesundheitswesen. Die Angestellten sind wegen der Coronavirus-Pandemie vielerorts mit ihren Nerven und Kräften am Ende. In rasantem Tempo hat sich New York zum Zentrum der Corona-Krise in den USA entwickelt. Experten zufolge könnten an dem Virus allein in dem Bundesstaat und der gleichnamigen Millionenmetropole 16.000 Menschen sterben. Es betrifft nicht nur New York. Wenn Sie diesen Zahlen glauben, 16.000 Tote in New York, bedeutet das, dass Sie Zehntausende von Todesfällen außerhalb von New York haben werden. Wenn die Menschen in Kansas also am Abend Nachrichten gucken und dann sagen, okay, das ist ein New Yorker Problem, dann stimmt das nicht. Das sagen diese Zahlen nicht aus. Es ist heute ein New Yorker Problem. Die Corona-Toten in New York machen etwa 40 Prozent der gesamten Todesfälle in den Vereinigten Staaten aus. Um der Lage Herr zu werden, rüstet die Stadt ihre Kapazitäten im Gesundheitswesen auf. Ein russisches Militärflugzeug bringt medizinische Masken und Ausrüstung in den Big Apple. Die US-Marine entsandte am vergangenen Wochenende ein Krankenhausschiff nach New York. Zudem steht im Central Park seit kurzem ein Feldlazarett. Die sonst pulsierende US-Küstenmetropole gleicht in der Corona-Krise einem Kriegsgebiet. Und Entwarnung kann noch lange nicht gegeben werden. Experten erwarten den Höhepunkt der Pandemie in den USA erst in rund zwei Wochen.